Moin Freunde des geflickten Auto-Entertainments, herzlich Willkommen zum großen Spiritus-Kocher-Vergleich Teil 2. Was bisher geschah? In Teil 1 haben wir die Kocher, die Trangier-ähnlich sind, verglichen und es hat tatsächlich auch noch der Trangier gewonnen, wenn es um Thema Effizienz ging. Wenn es darum ging, wer ist der schnellste Kocher, um 500ml Wasser warm zu bekommen, dann hat der Evernew Alkohol-Burner bekommen und ob diese beiden Könige vom Thron gestoßen werden können, das klären wir jetzt. Wer gegen die beiden Könige antritt, gegen den Trangier und gegen den Evernew, das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Vorne rechts haben wir den Vago Triad, ebenfalls von Vago mit dabei ist der Decagon, dann noch der Dual Fuel, der Tux Siphon, hier hinten versteckt der Whitebox Stove und ganz vorne links dann der WTB. Im Vergleich zum ersten Video haben wir die Testbedingungen ein bisschen abgeändert, denn der Triad hat einen eigenen Topfstand, dementsprechend nutzen wir bei den anderen Brennern die vom Hersteller empfohlenen Topfstände, bis auf eben den Decagon und den Whitebox Stove, da stellt man den Topf einfach direkt drauf. Ansonsten bleiben die Testbedingungen gleich, wir nutzen wieder 500ml Wasser, immer mit der gleichen Ausgangstemperatur, erneut wieder mit einem offenen Topf, warum? Ganz einfach, dann können wir mit dem Therometer direkt ablesen, wann die 100 Grad erreicht sind und es geht ja nur darum, dass alle Kocher am Ende die gleichen Testbedingungen haben, damit wir sie miteinander vergleichen können. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, Video ab. Jetzt haben wir alle Kocher einmal brennen sehen und ein wirklich interessantes Ergebnis, da wir ja komplett unterschiedliche Kocher vom Aufbau haben im Vergleich zum ersten Video. Und Vago räumt fett ab, denn mit 9,26 stellen sie einmal den langsamsten Kocher mit einem Triad und einmal mit 6,18 Minuten den schnellsten, den Decagon. Aber das Ganze hat auch einen kleinen Haken, denn wir müssen sie aus der Wertung rausnehmen. Warum? Beide funktionieren nicht. In unserem zweiten Test, wo wir ermitteln, wie lange ein Brenner mit einer Flüssigunze auskommt, um eben die Effizienz der Kocher herauszufinden. Beide bekommen wir nur mit zwei Flüssigunzen an, daher stehen die Vago-Kocher ein bisschen für sich. Es sind natürlich auch sehr, sehr außergewöhnliche Kocher. Mit zwei Flüssigunzen sind sie aber super, super effizient am Ende. Wenn ihr das Ganze mal nachlesen wollt in Zahlen, dann guckt mal unten in die Infobox. Da geht wieder der Link zu unserem Blog, wo wir alle Kocher, auch die aus Teil 1, aufgelistet haben. Und da findet ihr alles nochmal kompakt zusammen. Zum Decagon noch ganz kurz dazu sei gesagt, der brennt auch gerne mal noch hier unten am Fuß am Anfang, hat so kleine Verpuffungen. Also seid da bitte vorsichtig, auf welchem Untergrund ihr den anzündet. Aber jetzt schauen wir uns mal die anderen Kocher an und wer den Angriff auf den Trangia wagt. Wie auch in Teil 1 haben wir natürlich nicht nur geguckt, wer ist der schnellste Kocher. Bei den noch verbleibenden hier auf dem Tisch stehen, in die Vago ist also ausgeschlossen, wäre es mit 6 Minuten 27 für 500 Milliliter der Whitebox-Stove. Sondern auch auf die Effizienz. Und hier haben wir wieder ganz einfach den Zeitwert genommen, durch den Verbrauchswert geteilt und erhalten am Ende den Effizienzwert. Und so niedriger der ist, desto effizienter ist der Kocher. Nicht unbedingt besser, aber desto effizienter ist der Kocher. Und auch hier wieder nur an die Nerds. Guckt gerne unten in die Infobox. Der Kollege, der hinter der Kamera steht, hat sich sehr viel Mühe gegeben, eine tolle Tabelle erstellt. Und alle unsere Kocher aus dem Spiritus-Bereich miteinander verglichen und aufgelistet. Da findet ihr auch nochmal viel mehr Infos zu den unterschiedlichen Gewichten und Materialien. Wenn es um das Thema Effizienz geht, dann müssen wir eigentlich sowohl den Vago-Triad als auch den sehr brennstarken Vago-Dekagon wieder zurückholen. Denn sie beide übertreffen oder ziehen zumindest gleich mit dem Trangia. Aber sie gehen eben nur mit zwei Flüssigunzen, daher lassen wir sie weiterhin außen vor. Bei den verbliebenen vielen sehr unterschiedlichen Kochern gibt es einen großen Überraschungssieger. Und das ist der Dual Fuel XL der Firma Kiwis aus den USA ausgestattet mit Carbon-Vlies. Ja, den gibt es wirklich nochmal eine Nummer kleiner, aber er ist mit Abstand der effizienteste Kocher von den vielen, die hier stehen. Kommt nicht ganz an den Trangia ran, aber sehr nahe. Warum überrascht uns das Ganze so sehr? Ja, es ist der leichteste Kocher aller getesteten Spiritus-Brenner hier mit 15 Gramm ohne Deckel. Mit Gramm liegt er bei 25 Gramm. Und ja, so ein kleiner Geheimtipp bis jetzt. Wenn es ums Thema Leichtigkeit geht, dann ist ganz vorne auch immer mit dabei der Tokes Siphon mit 21 Gramm. Der liegt so ungefähr gleich auf mit dem Evernew Alkohol-Burner, was die Effizienz angeht. Ganz anders sieht das Thema Effizienz bei den Side-Burnern aus. Da haben wir hier einmal den Whitebox-Stove. Side-Burner bedeutet, die brennen hier zur Seite raus und nicht hier oben. Die brauchen immer ein bisschen, bis sie durchstarten. Also nicht einfach den Kochtopf draufstellen, dann ist die Flamme aus. Sondern warten, bis hier der Kranz brennt. Des Weiteren gilt zu beachten, dass man einen breiten Topf fehlt. Weil wenn er zur Seite raus brennt, macht die Flamme so einen kleinen Bogen. Und die sollte keinen Bogen um deinen Topf drum machen, sonst kann man lange warten, bis das Wasser warm wird. Ansonsten punkten die mit einer guten Brennleistung und zum Beispiel auch der Whitebox-Stove mit einem wirklich geringen Gewicht. Jetzt haben wir ein bisschen außen vor gelassen hier bei der ganzen Vorstellung, beim ganzen Test. Und das ist der Kocher von WTB. Während alle wirklich leicht sind, kann er damit gar nicht punkten. Aber womit er punkten kann? Mit einem hervorragenden Topfstand. Wir stellen hier einfach mal wirklich einen großen Topf, zwei Liter drauf. Der steht Bombe. Das eignet sich also hervorragend, wenn ihr mit Fahrtfindern unterwegs seid, wenn ihr wirklich richtig kochen wollt, eine gute gleichmäßige Brennleistung haben möchtet oder eben mit mehreren Personen. Dann ist das genau euer Kocher, den ihr braucht. Mein persönliches Fazit zu den Kochern, die wir hier haben, ganz kurz Nummer 1 ist der Whitebox-Stove. Er besteht aus recycelten Materialien, eignet sich hervorragend, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin für mehrere, für große Töpfe ist dabei aber immer noch leicht. Und bietet ein schönes Feuerkino abends auf der Terrasse bei mir zu Hause. Dann meine neue Entdeckung und die werdet ihr sicherlich noch öfters sehen in den kommenden Videos, ist der Dual Fuel von Kivis. Viel leichter, viel kompakter, geht es einfach nicht mehr. Ja, und ein altbewährter Klassiker, den ich auch, das ist jetzt auch mein persönlicher, schon seit etlichen Jahren habe, ist der Tokes Siphon. Hervorragend zu kombinieren mit der Flasche von Vago. Sitzt zwar ein bisschen schief drauf, hält und kann platzsparen, verstaut werden. Warum haben wir euch heute Spiritus Brenner vorgestellt? Ganz einfach, wir lieben Spiritus Brenner. Ich selber nutze welche der größten Teile unserer Belegschaft und welche unter anderem auch der Daniel, der hinter der Kamera steht. Der hat heute den 30 Jahre alten Trangia Brenner aus seinen Pfadfinderzeiten mitgebracht und der funktioniert immer noch genauso wie am ersten Tag. Sie sind also super robust. Noch dazu ist Spiritus günstig in der Beschaffung und man kriegt ihn fast überall. Außer ihr seid am Wochenende an der Mosel, dann wird es ein bisschen schwierig. Nee, Spaß beiseite. Im Supermarkt, in der Tankstelle, am Baumarkt, eigentlich überall findet man Spiritus. Noch dazu sehr, sehr simpel im Handling. Was will man also mehr? Wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne einmal die Glocke klicken und das Video liken. Wenn ihr allerdings auch Anregungen habt, was wir mal als nächstes testen sollen oder miteinander vergleichen sollen, schreibt es auch unten gerne in die Kommentare rein. Wir sind offen für alles und freuen uns über eine angeregte Diskussion. Bis zum nächsten Mal.